In diesem Video möchte ich zeigen, wie Microsoft Teams aus Schülersicht aussieht. Nachdem du dich bei portal.office.com angemeldet hast, klickst du als erstes auf das Symbol für Teams. Nachdem Teams nun geladen hat, siehst du hier die Übersicht über alle Teams, in denen du als Schüler oder als Schülerin Mitglied bist. Am linken Rand oben gibt es einen Button mit Aktivitäten. Der Button Aktivitäten hat hier ein rotes Symbol mit 4. Das bedeutet, es gibt 4 neue Aktivitäten. Diese waren, dass du vom Lehrer zu einem Team hinzugefügt worden bist, dass du eine Erwähnung bekommen hast in einer Nachricht, eine zweite Erwähnung und dass es im Schulungsteam eine neue Aufgabe gibt. Möchtest du nun immer den Überblick behalten, wenn du in mehreren Teams bist, wo welche Aufgabe zu erledigen ist, nutzt du am besten am linken Rand den Button Aufgaben. Hier bekommst du nun eine Übersicht über alle Aufgaben, die dir in den einzelnen Teams zugeordnet wurden. Mit einem Klick auf die Aufgabe kommst du nun zur jeweiligen Aufgabe. Hier siehst du zum Beispiel die Aufgabe Begleitaufgaben zum Strahlensatz. Du sollst dir ein Video ansehen und die Begleitaufgaben bearbeiten. Die Begleitaufgaben findest du hier als Referenzmaterial angehängt. Du kannst dir diese Begleitaufgaben mit einem Klick nun ansehen oder wenn dir diese Ansicht nicht genügt, kannst du mit dem 3-Punkte-Menü und dem Menüpunkt herunterladen diesen Anhang auch herunterladen. Er wird standardmäßig auf deinem PC im Ordner Downloads gespeichert. Nun schließe ich diese Ansicht aber wieder. Hast du eine Aufgabe nun erfolgreich bearbeitet und musst für diese Aufgabe ein Dokument wieder hochladen, klickst du auf den Button Arbeit hinzufügen. Da das Dokument vermutlich auf deinem Computer gespeichert ist, klickst du am unteren Rand auf von diesem Gerät hochladen. Du erhältst dann eine Übersicht über die Dateien, die auf deinem Computer gespeichert sind und wählst dann die passende Datei aus. Mit einem Klick auf Öffnen wird diese Datei nun hochgeladen. Und dann fertig. Du siehst nun also, unter dem Punkt Meine Arbeit ist nun deine erledigte Aufgabe hochgeladen. Um deine Aufgabe nun endgültig abzugeben, musst du noch rechts oben auf den Button Abgeben klicken. Und erst, wenn du die passende Animation bekommen hast, dafür, dass du das Dokument abgegeben hast, ist das Dokument auch bei deinem Lehrer angekommen. Hast du aus Versehen einen Fehler gemacht, kannst du diese Abgabe noch rückgängig machen und erneut abgeben. Achte dabei aber auf den Abgabetermin, denn nach diesem Termin ist ein Ändern der Abgabe nicht mehr möglich. Nun aber zurück zu den Teams. Ich klicke links auf den Punkt Teams und lande nun in unserem Schulungstestklassenteam. Wie du hier siehst, wurdest du zu einer Besprechung eingeladen. Eine Fragestunde zum Thema Dezimalzahlen. Du kannst darauf klicken und bekommst nun noch Details zu diesem Testmeeting. Möchtest du an diesem Meeting teilnehmen, kannst du hier auf Teilnehmen klicken. Wir schließen dann dieses Fenster wieder. Dann siehst du hier auch noch die Aufzeichnung eines Meetings, das bereits stattgefunden hat. Solltest du bei diesem Meeting nicht teilgenommen haben, kannst du mit einem Klick auf dieses Bild die Videoaufzeichnung dieses Meetings ansehen. Im oberen Bereich dieses Kommunikationsstranges findest du zum Beispiel eine Nachricht von deinem Lehrer, das morgen eine Besprechung ist. Möchtest du darauf antworten, klickst du hier auf Antworten. Ich habe es mir notiert. Und kannst somit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin antworten. Möchtest du an deinen Lehrer oder an deine Lehrerin eine Frage stellen, kannst du das am unteren Rand dieses Unterhaltungsfensters tun. Hier in diesem Textfeld kannst du nun die Nachricht an deinen Lehrer formulieren. Das geht am besten, indem du beginnst mit Add und dann den Namen deines Lehrers, in diesem Fall der Testlehrer. Und nachdem Testlehrer hier jetzt färbig geschrieben ist, wird dieser Lehrer nun benachrichtigt, wenn du ihm diese Nachricht schreibst. Das heißt, wenn er Teams auf seinem Smartphone installiert hat, bekommt er eine Benachrichtigung. Guten Tag! Wann ist morgen der Abgabetermin für die Aufgabe? Und somit hast du diese Frage an deinen Lehrer gesendet. Möchtest du eine Frage an deine ganze Lerngruppe stellen, kannst du diese auch erwähnen, indem du eingibst Add und dann den Namen des Teams, in diesem Fall Schulungstestklasse. Wie geht es euch? Und das Ganze kannst du auch wieder absenden. Am oberen Rand dieser Übersicht siehst du nun auch die Dateien. In den Dateien gibt es Kursmaterialien. Wie du hier siehst, kannst du diese Kursmaterialien nicht bearbeiten, sondern nur ansehen. Mit einem Klick auf den Ordner Kursmaterialien kommst du nun zu einem Ordner Dezimalzahlen und hier gibt es wieder ein Arbeitsblatt für dich. Dieses Arbeitsblatt kannst du mit dem Drei-Punkte-Menü ebenfalls wieder herunterladen. In jedem Kursteam gibt es auch noch den Punkt Aufgaben. Hier siehst du die Aufgaben, die aber nur dieses eine Team betreffen. Befindest du dich beispielsweise im Team für Mathematik, siehst du hier auch nur die Aufgaben, die du in Mathematik erhalten hast. Möchtest du wieder einen Überblick über alle Aufgaben erhalten, musst du im linken Menü auf den Punkt Aufgaben klicken. Wenn du zurück in dein Team wechselst, siehst du im linken Bereich hier unter dem Namen deines Teams den Kanal Allgemein und darunter einen Kanal für Dezimalzahlen. Wenn dein Lehrer oder deine Lehrerin mehrere Kanäle angelegt hat, findest du diese hier untereinander angeordnet. Der Sinn dieser Kanäle ist, etwas mehr Struktur in ein Team zu bringen, beispielsweise für einzelne Themenbereiche. Ich hoffe, diese kleine Einführung in Teams hat dir geholfen, dich etwas besser zurechtzufinden. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Arbeiten mit Teams.